Musik Wir alle lieben diese Augenblicke. Bewegung in frischer Luft. Tiefes Durchatmen als Balsam für Körper und Seele. Trockene, staubige Innenräume aber setzen unserer Gesundheit arg zu. Vor allem im Winter. Darunter leiden besonders unsere Kinder. Die Folgen? Niesen und Husten, angegriffene Stimmbänder, gerötete Augen, trockene Haut. Mit unserer Hilfe können Sie das ändern. Machen Sie den Folgen von trockener Luft mit regelmäßiger Befeuchtung ein Ende. So verbessern Sie das Raumklima und Ihr Wohlbefinden markant. Das selbstregulierende Verdunstersystem von AeroSwiss zieht die trockene Raumluft durch die feuchte Verdunstermatte und gibt sie optimal befeuchtet zurück. Der niedrige Stromverbrauch schont die Umwelt, der leise Betrieb fördert den Wohn- und Schlafkomfort. Auch Handhabung und Reinigung sind sehr komfortabel. Genauso wie der IONIQ Silver Stick, der für optimale Wasserreinhaltung sorgt. Der IONIQ Silver Stick hemmt wirkungsvoll das Mikrobenwachstum im Gerät und hält das Wasser dauerhaft frisch. Der AeroSwiss E2441A wurde mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet. Bei einer Befeuchtungsleistung von 220 Gramm pro Stunde ist er für Raumgrößen bis 40 Quadratmeter geeignet. Das Wasser können Sie einfach und bequem von oben einfüllen. Die LED-Leerstandsanzeige erinnert ans Wasser nachfüllen. Über den integrierten Duftstoffbehälter können Sie dem Raum Ihre persönliche Duftnote geben. Die Verdunstermatte ist einfach austauschbar. Das Gerät bequem in drei Schritten demontiert. Praktische Details sind zwei Leistungsstufen für Tag- und Nachtbetrieb und die automatische Abschaltung bei Wassernachfüllbedarf. Dank selbstregulierender Befeuchtung ist der AeroSwiss E2441A ganzjährig einsetzbar. Damit Sie sich zu Hause fühlen wie an der frischen Luft. AeroSwiss Lebensqualität liegt in der Luft.